So, ich reibe einfach mal die AK. Die AK kann man ruhig mal reiben. Vielleicht auch mal das so zwischendurch. Weil um das geht es hier eigentlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jungs, es ist vorbei. Die zweite Kiste, die zweite Kiste. Ein fucking, ich will jetzt keine Schimpfwörter verwenden, nein, ich ziehe da. Oh mein Gott. Ja, ich bin bereit für Teamarbeit. 3, 1 und go. Uuuuh, StatRackPink. Aber, Float Value missing, not so nice, viel testet. You know? Also? Na ja. No. Ja, aber irgendwie kommen das nicht auf eine Mail. Ich glaub, das muss ich nicht machen. Ist ein bisschen... Oh, Matthias. Na, oder? Es ist kein Knife. Es ist... Es ist, glaube ich, jetzt richtig krass. Wenn das Ding FN ist, ne? Dann, dann... Suck ich hier aus, oder was? Hmm? Dann, na, dann... Du musst ja halt noch komplett was angehen. Hey, naa, was ist? Das Ding hat 300€ Wert sich, glaub ich, wenn das ein Fan ist. Ist ein Fan? Weiß du nicht. Alter, hauen wir da! Was ist mit dir? Viel getestet. Ja, fuck, Alter. Wie ist das denn? 107€, 100€. Ja, das dauert mir auch schon reichen. Alter, ich bin schon wieder im Plus. Ja, das ist eher so wie immer. Ja, ja, eigentlich was. Das, was du siehst, verlierst. Wander du das bitte Sparkast. Die ABP ist jetzt da. Nehmt sich die Konten, die Unternehmen aufgeliehen, steht hier. Gut, ich mach, AK. Das ist der Ort, bis. Alex. ZFN? Dies FN? Was ist die Wert? Ahhhh. Lol. Was ist mit dies? Was ist das? Ich bin der岁 Jetzt! Ich bin der岁欺ER, kurz. Mein Haus. Ich bin der岁欺erd. Ich bin der岁欺ER. Was ist mit dem Ahmet? Auch das. Ein, um, nach dem. der岁欺er. Sie in der岁欺er. Sie sind die Dienste nicht, aber ich bin der岁欺er. Wir sind die Bögerer. Ich bin der岁欺er. Wir sind die erste, die Ehreer der岁欺er. Ich bin der岁欺er. Bis zum nächsten Mal.